Wir haben beschlossen, ein Kind zu haben, weil wir hatten ein freies Zimmer, so eine Art Rumpelkammer. Und je länger ich mir den Saustall da drin angeguckt habe, desto klarer ist es für mich gewesen. Ein Kind. Wir haben fast jeden Tag trainiert, wie für die Olympischen Spiele. Die Beine an die Decke, damit es fließt. Ich habe die ganze Wohnung geputzt. Ich habe alles weiß gestrichen und alles durchgefegt. Es hat sich jede erdenkliche Mühe gegeben mit dem Kind. Bei allem Respekt, Frau Gräfens. Aber Ihre Tochter wird seit Montagmittag dieser Woche vermisst. Wir haben jeden Grund anzunehmen, dass hier was passiert ist. Dramatische Auftritte sind nun mal Maikes besondere Stärke. Das hat sie von ihrem Vater. Gerade jetzt, wo mein Mann in den Vorstand der Koratobank AG gewählt werden soll. Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit davon... Read me a story. This familiar plea is taken for granted by most parents. But it never happened before books began to be written for children during the last two centuries. Before that, children absorbed their culture's tales along with the adults from their village storage teller and the town or tribe's plays, dances and festivals. If they contain violence, frightening images or sexual references, no one noticed. You're my heart, you're my soul. Gibt's nicht ein Lied mit diesem Titel? Keine Liebe mehr, weil ich sie nicht verdiene. Als ob ich sie jemals kennengelernt hätte. Doch. Doch, ich hab sie kennengelernt. Jochen Graf. Untertitelung des ZDF, 2020